Musik Genau, ein Handy, ja. Etwas zu trinken. So trinken kann man hier rechts und links drin, ja, genau. Musik Und das ist auch eine Minute, da ist der Ton auf einer Linie, der geht nicht hoch und runter. Bei euch sind wir jetzt dabei, das euch zu lernen, euch Großen zumindest erst mal. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn nämlich mal eine Evakuierung oder eine Katastrophe kommt, damit ihr Bescheid wisst über alles. Bei uns vor dem Haus ist ein Baum umgefallen und der ist jetzt angebrannt. Aha, okay. Aber Menschen sehe ich jetzt nicht unter dem Baum oder so? Doch, da ist eine Katze auf dem Baum gewesen und die ist mir runtergefallen. Musik Das sind so kleine Katastrophen. Wenn Flugzeuge abstürzen, wenn Terroranschläge sind, ja, Hochwasser, Sturm, Hitze, das kann alles Katastrophen auslösen. Musik Deswegen ist es wichtig, dass jeder so einen Ausweis hat. Musik 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 Musik